Nach wie gesagt, guten Morgen, heute am 30. November 2018. Es ist 8 Uhr und 15 Minuten. Wir haben 19 Grad, wir haben keinen Wind und wir haben richtig schöne Wellen. Richtig mit viel Wasser in der Luft. Raumhaft hier, an der Punta, zwischen was Panomas und Pleite eigentlich. Ja, wie Sie auch sehen, keine Wolken. Richtig mit viel Wasser. So, mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann auch wieder bis morgen und sagen Asta manana.